Ich habe gerade einen Männertasten zu einem kompletten Emulator runtergefahren. Ok, also weiter geht's! Wie gesagt, hier ist es nicht so ganz so kalt, dadurch, dass er sehr sehr häufig geflucht hat. Wer wissen will, wovon ich rede, muss ich davor den Partner. Ich hoffe, dass ich euch nicht ganz schleißig alle Parten habe. Ich war zu langsam! Ok, ähm, kriege ich es hin? F12? Jawohl! Wenn wir jetzt wieder hier oben sind. Woah, woah, woah! Haben wir getan! Woah! Es war gerade nicht so gewollt, glaubst du das? Ich bin jetzt weggebracht. Vielleicht würde es auch helfen, wenn ich mal ein bisschen werde oder so. Die oft hier schon ungebraucht sind. Und das war's! Endlich! Ich habe auch wieder Küken und Hühner hier. Das hat ja auch seine Zeit nur wieder gedauert. Was befreien wir hier? Wir haben auch wieder Küken und Hühner hier. Also Pogelküken und Küken, äh, Hühner, Küken. Kuchen, Küken. Und hier ist Cramble Egg Zone. Die Zone finde ich einfach noch Hammer. Das war mit einer meiner Lieblingszonen, muss ich ja gar nicht sagen. Die ist ja nicht mit uns hier. Das ist schon mal ein bisschen Überraschung oder was auch immer. Die mir jetzt gerade nicht beeinflusst. Ich vergesse nur. Aber... Nein! Nicht runter! Ja klar, du fällst genau auf den Topf! Aus Scherz wurde immer gesagt, ja, die Entwickler mussten danach, dass... Es konnte nur die letzte bzw. die vorletzte Stage sein. Ach, warum fällst du denn immer runter? Aber... Es konnte die... Es musste die letzte bzw. vorletzte Stage sein. Das einfach aus dem Grund. Weil wenn man eine Zone schon Rührei-Zone nennen muss. Ähm, weil ihm nichts weiter einfällt. Dann ist, ähm, Zeit. Um ihn zu beenden. Ja, also... Die Rührei-Zone heißt was als Rührei-Zone. Ich weiß nicht, was die Entwickler sich dabei gedacht haben. Ähm... Ich weiß nicht. Sie werden ihren Grund vielleicht noch am Tag? Vielleicht? Ach ja. Ach... Und zwar ist das hier so, ähm... Ich weiß nicht mal, wo wir lang müssen. Ähm... Ah, hier doch hier. Hier geht's ähm relativ auch... ...ver allen ähm... Ich bin nämlich selbst mit dem... ... oder dem... ...nächst, ne? Ähm... ...hat ein bisschen viel mit... ...Märken zu tun. Ne, es ist, es ist, es ist schon hier. Okay. Das ist zwar hier unten. Auf jeden Fall auch unten. Ich kann ihn jetzt hier abbiegen. Hier lang? Ja. Mir fällt grad ein, wo ist denn der Diamant? Gibt's hier einen? Ich bin mir grad voll nicht mehr sicher, ob's hier ja noch einen Diamanten gibt. Glaub ich, hier gab es kein... Irgendwas sagt mir, ja, also irgendwas im Hinterkopf klein sagt mir, hier gibt's keinen Diamanten. Ah, warte. Komm, fällst du da unten? Irgendwas sagt mir, hier gibt's keinen, ne? Ich weiß es aber nicht genau. Oh, ich hoffe es! Wenn nicht, muss ich das hier nochmal machen? Also, ich muss es eh nochmal machen, weil ich hab euch ja versprochen, einmal Best Ending, einmal Bad Ending. Komm, jetzt versierst du nicht, du komisches... ...Boden. Ach so, Zucker funktioniert mit drüberspringen. Ich bin begeistert von mir selber. Nicht da runter. Nein, 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 hier hoch. Ich glaube, da wollte ich auch nicht runter. Nein, 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 geht mir schon wieder hoch. Ich weiß nicht warum. Ich hab's mal verkackt. Ich weiß nicht warum irgendwas sagt mir, hier gibt es keinen Emerald mehr. Okay. Muss man halt hier so ein bisschen so Timing abpassen. Hier auch nicht zu schnell sein. Ah, nein! Ah, stimmt! Stimmt! Ich kann mich erinnern. Okay, und hier ist das, ähm, ja ein bisschen K.O. zu, ne? Hier muss ich sterben. Hier geht's nicht weiter. Genau. Ach. Okay, ich kann mich erinnern. Ich werde aber jetzt, ähm, an der Stelle hier nochmal, ähm, ja einen kleinen Cut machen. Und, ähm, also machen Pause. Ich werde einen kleinen... Pause? Ich werde einen kleinen Cut machen, beziehungsweise ihr bekommt es dann alles natürlich im nächsten Part. Ähm, werde mich nochmal schnell belesen, ob es hier nicht doch einen, ähm, Emerald gab. Weil ich weiß es gerade echt nicht mehr. Und, ja, dann machen wir im nächsten Part weiter. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.